Haydn V. White ist ein amerikanischer Historiker und Literaturwissenschaftler. Er war Professor für die Geschichte des Bewusstseins an der University of California, Santa CRUZ und für vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University. In Deutschland wurde White mit dem Buch Metahistory bekannt, das in der Geschichtswissenschaft hohe Wellen schlug. Darüber hinaus kooperierte er mit dem deutschen Historiker Reinhard Koseleck. Theorie, in dem White die Geschichtsschreibung erstmals mit Kategorien der Literaturtheorie analysiert hat, kommt ihm das Verdienst zu. Die Debatte um postmoderne bzw. poststrukturalistische Ansätze in der Geschichtswissenschaft angestoßen zu haben. Von Kritikern wurde ihm deswegen The Most Damaging Undertaking Inverperformed by a historian of his profession vorgeworfen. Seine Theorie der Poetik der Geschichte, die er in Metahistorie ausgearbeitet hat, besagt, dass jegliche Darstellung von historischen Zusammenhängen poetologischen Kategorien unterliegt. Geschichtsschreibung, sagt White, ist notwendig narrativ, auch wo sie vorgibt, es nicht zu sein. Diese Erkenntnis kondensiert sich in seiner zentralen These auch Clio dichtet. Um in seiner Darstellung den Anschein von Erklärung zu erzeugen, kann sich der Historiker dreier verschiedener Strategien bedienen, von denen es wiederum jeweils vier Formen gibt. Mithilfe der narrativen Modellierung startet der Historiker die Geschichte mit einer Erklärung aus. Nach Northrop Frey unterscheidet Heidenwhite vier Erzählweisen, Romanze, Tragödie, Komödie und Satire. Die Romanze betont das ständige Fortschreiten der Gesellschaft zum Besseren und den ewigen Sieg des Guten über das Böse. Die Tragödie beschreibt das Scheitern der Menschheit, die Gesellschaft weiterzuentwickeln und die schlussendliche Kapitulation vor der Unveränderlichkeit der Dinge. Die Komödie beschreibt ein partielles Scheitern der Menschheit, an deren Ende eine Versöhnung mit der Gesellschaft steht. Aus der diese verbessert hervorgeht, die Satire ist der absolute Gegensatz zum romantischen Erlösungsdrama. Sie beginnt ebenso mit dem Versuch der Weiterentwicklung und endet in einem Scheitern, welches dem Menschen sein Unvermögen, die Gesetzmäßigkeiten der Geschichte zu deuten, vor Augen führt. Die formativistische Theorie der Wahrheit zählt auf die Identifikation der einzigartigen Eigenschaften der Gegenstände in einem historischen Feld. Ab und erklärt damit das historische Feld als solches. Im Zentrum der Untersuchung steht also die Einzigartigkeit der Handelnden, der Handlung und des Wirkens, die die Ereignisse ausmachen und nicht der Hintergrund, vor dem sie entstehen. Die Erläuterung eines historischen Feldes ist dann abgeschlossen, wenn die vorhandenen Gegenstände vollständig identifiziert sind. Zu den Gegenständen zählen nach White-Individuen ebenso wie kollektive, einzelnes wie universelles, konkrete Dinge genauso wie Abstraktionen. Beispiele für die formativistische Art der Erklärung sind zu finden bei Herder, Carlyle, Michelet, bei den romantischen Historikern wie auch den großen historischen Erzählern wie Nieburg, Momsen und Trevelyan. Die formativistische Erklärungsform ist White zufolge eher eine zerstreuende als eine integrierende. Sie neige zu fehlender Präzision in ihren Konzepten und tendiere dazu, Generalisierungen über das gesamte historische Feld zu erstellen, die so weit gefasst seien, dass sie kaum durch empirische Daten bestätigt oder widerlegt werden könnten. Nach White sind organizistische Welthypothesen integrativ, die, dass ihre Verfahren auf die Vereinfachung von Sachverhalten abzielen. Der Organizist sieht einzelne Ereignisse der Vergangenheit als Momente eines synthetischen Geschehens. Er begreift individuelle Phänomene als Bestandteile von größeren Prozessen, die sich wiederum in Einheiten aufgliedern. Diese Einheiten sind nach White jeweils anders beschaffen als die Summe ihrer Teile. Historiker, die eine organizistische Erzählstruktur anwenden, verdichten eine Reihe zerstreuter Elemente zu einem großen Gebilde, dessen Bedeutung die einzelnen beschriebenen Sachverhalte übertrifft. White unterstellt die organizistische Geschichtsdarstellung vor allem den Historikern des 19. Jahrhunderts und erkennt diese Erzählstruktur. Insbesondere bei Leopold von Ranke, Theodor Mommsen, Heinrich von Teitschke, Heinrich von Sibel, Fried-Erik, William Meitland und William Stubbs. Nach White sind organizistische Historiker nicht so sehr an einer Beschreibung individueller Elemente interessiert, sondern an der Charakterisierung des Integrationsprozesses insgesamt. Diese historistische Geschichtsschreibung tendiert zu einer Teleologie der Geschichte insgesamt. Sie schreibt dem Geschichtsverlauf ein Ziel zu auf, dass alle Bewegungen im historischen Feld hinweisen. Gleichzeitig identifiziert Wright unter den organizistischen Historikern die Tendenz, die Suche nach historischen Gesetzmäßigkeiten zu vermeiden. Der Organizist spreche lieber von Prinzipien und Ideen, die den historischen Einzelfall einerseits und die Entwicklung in ihrer Gesamtheit andererseits prägen. In diesen Prinzipien und Ideen ist nach White bei den Organizisten das Ziel, auf das sich der ganze historische Prozess ihrer Meinung nach zubewegt. Vorgezeichnet mechanistische Annahmen über die Welt sind integrativ. Sie sind eher für eine reduktive als für eine synthetische Anschauungsweise. White erwähnt außergeschichtliche Triebkräfte von Kenneth Burke. Dieser redet von Akteuren und Handlungen im historischen Feld. Der Ursprung dafür liegt in der Szenerie, wo sich die genannte Handlung abspielt. Die mechanistische Erklärungstheorie legt ihre Aufmerksamkeit auf die Causal-Gesetze, welche die Ergebnisse der im historischen Feld entdeckten Geschehnisse determiniert. Historische Objekte werden als Gegenstände angesehen. Die historischen Gegenstände stehen in einer Teil-Teil-Beziehung zueinander und ihre spezifischen Konfigurationen werden von Gesetzen gelenkt. Die ihren Austausch reguliert Anhänger für die mechanistischen Auffassungen sind Backel, Thäne oder Marx. Selbst Tockeville gehört zu ihnen. Um der Bewegung der Geschichte auf die Spur zu kommen, schreiben sie in narrativer Form auch um deren Wirkung zu erläutern. Auf der Suche nach Gesetzmäßigkeiten ist die mechanistische Tendenz von der Abstraktion bedroht. Individuelle Gebilde sind ihm weniger wichtig als Phänomenklassen. Und Phänomenklassen sind wiederum weniger bedeutungsvoll als Gesetze. In der mechanistischen Geschichtsauffassung werden nur Gesetze als wichtig angesehen, wenn sie den Gesetzen der Physik über die Natur ähneln. Diese historischen Gesetze wendet man dann auf Daten an, damit die Konfiguration der Gesetze als Funktion verständlich werden. Auch sind Typisierungen, welche von Tockeville benutzt werden, weniger bedeutsam als geschichtsmächtige Gesetze. Der Vorteil der mechanistischen Auffassungen ist die begriffliche Präzision. Der jedoch größere Nachteil ist der zu enge Blickwinkel und die Neigung zur Abstraktion. Die Vorannahme der kontextualistischen Erklärungsform ist, dass Ereignisse erklärt werden können, indem man sie in ihren Kontext einordnet. Warum sie sich so ereigneten und nicht anders, wird erklärt, indem man die spezifischen Beziehungen zu anderen Ereignissen in ihrem geschichtlichen Umfeld zu einer gegebenen Zeit innerhalb des untersuchten, historischen Feldes aufdeckt. Das Verfahren, das angewandt wird, haben moderne Philosophen wie Walsh und Berlin »Kolligation« genannt. Hierbei werden die TITs ausfindig gemacht, die das untersuchte Individuum oder die Institution mit der äußeren soziokulturellen Gegenwart verbinden, die im historischen Feld erkannten. Phänomene werden in Teilbereiche integriert. Das historische Feld wird in Bezirke wichtiger Ereignisse gegliedert. Sie dienen als Grundlage für die Unterscheidung von Perioden und Epochen. Beispiele findet man hierfür bei den meisten Historikern, besonders aber im 19. Jahrhundert bei Burkhardt. Haydn White unterscheidet vier ideologische Begriffe, die die Interpretation der Geschichte beeinflussen. Diese sind Anarchismus, Konservatismus, Radikalismus, Liberalismus. Diesen ideologischen Grundpositionen ist gemeinsam, dass sie sich auf Vernunft, Wissenschaft und Realismus beziehen, welche sie zum kritischen Diskurs mit den anderen Grundpositionen verpflichten. Alle sind sich über die Unvermeidlichkeit des sozialen Wandels einig. Unterscheiden sich allerdings über die Wünschbarkeit und das Tempo des Säppigen. Um die Unterschiede der Ideologien und deren Einfluss auf die Geschichtsschreibung herauszuarbeiten, nutzt Haydn White fünf verschiedenen Kategorien, Einstellung zum Wandel der Gesellschaft, Ideal des Wandels, Tempo des Wandels, Zeitorientierung, soziale Kongruenz und Transzendenz. Noch grundlegender als diese Erklärungsmodi sind die rhetorischen Figuren, die einer Geschichtsdarstellung immer zugrunde liegen. Die Metapher dient der Geschichtsschreibung wesentlich dazu, Gegenstände repräsentativ darzustellen. Phänomene werden durch das Herstellen einer Analogie oder eines Vergleichs charakterisiert. Als Beispiel nennt White den Ausdruck »Meine Liebe« eine Rose. Der Ausdruck Liebe steht hier für das Individuum, dessen Eigenschaften wie etwa Schönheit, Kostbarkeit. Zartheit durch das Bild oder das Symbol der Rose dargestellt werden. Es handelt sich um einen Vergleich von ähnlichen Eigenschaften. Und nicht um eine vollkommene Gleichsetzung zweier Phänomene oder Reduktion des einen auf das andere. Die Geliebte wird nicht mit der Rose identisch gesetzt und auch nicht auf sie reduziert. Die Metonymie bedeutet wörtlich Namenswechsel. Bei der Metonymie steht ein Teil für das Ganze. Ein Beispiel dafür wäre der Ausdruck »50 Segel«, was für »50 Schiffe« steht. Dies macht deutlich, dass Metonymie reduktionistisch ist. Das Ganze wird auf seine Teile reduziert. Die Teil-zu-Teil-Beziehungen werden bei der Metonymie wahrgenommen. Dadurch ist es möglich, den Status eines Aspekts oder Funktionen auf einen anderen zu übertragen. Man unterscheidet in der Metonymie zwischen erste den Teilen, die für das Ganze repräsentativ sind, und zweite solchen, die bloß Aspekte repräsentieren. Ein weiteres Beispiel wäre das Grollen des Donners. Hier wird in zwei Phänomene unterteilt. Erstens in die Ursache »Donner« und zweitens in die Wirkung »Grollen«. Dabei handelt es sich um eine Trennung, die das Donner zum »Grollen« ins Verhältnis Ursache-Wirkung-Reduktion setzt. Auch kann man in der Metonymie eine handelnde Handlung Verhältnisunterscheidung vornehmen, zum Beispiel der »Donner« grollt. Somit findet in der Metonymie eine Aufteilung in Akteure und Triebkräfte statt. Damit sind zwei Ordnungen möglich. Handelnde und Ursache auf der einen Seite und auf der anderen Handlungen und Wirkung. Charakteristisch für die Metonymie ist, dass die Reduktion zwischen zwei Ordnungen extrinsisch ist. Im Gegensatz zur Metonymie ist die Synekdoche intrinsisch, wo Beziehungen zwischen gemeinsamen Qualitäten interpretiert werden. Im Tropos der Synekdoche werden die beiden Teile durch Integration als Ganzes gedeutet. Die Qualität wird von der Summe unterschieden, die bloß mikrokosmische Reproduktion von ihm sind. Um diese Neckdoche zu erklären, benutzt Heidenweid das Beispiel »Er ist ganz Herz«. Der Ausdruck »Herz« muss figurativ gelesen werden. Hier wird nicht ein Körperteil bezeichnet, sondern eine Charaktereigenschaft symbolisiert. Er ist ein Symbol einer Eigenschaft, die für das ganze Individuum steht. Dies ist ein Mikrokosmos-Makrokosmos-Verhältnis. Hier wird nicht ein Namenswechsel wie bei der Metonymie angezeigt, sondern gewisse Eigenschaften wie Großzügigkeit, Mitleid unter anderem M. Ironie wird von White als eine Form der Metapher bezeichnet und ist ein seiner Meinung nach im Wesentlichen negatorisches Element. Metapher, Metonymie und Synekdoche nennt White naive Tropen, während der Tropos der Ironie das sentimentalische Gegenstück darstellt. Der Grundmodus der Ironie ist die Katachrese, eine offensichtlich widersinnige Metapher. Dieses Stilmittel wird angewandt, um ein Nachdenken über den metaphorisch beschriebenen Gegenstand anzuregen und die Unzulänglichkeit der Beschreibung selbst zu enttarnen. Mit der rhetorischen Figur des Zweifels signalisiert der Autor eines Textes laut Wright Misstrauen gegenüber der Wahrheit der eigenen Aussagen. Das Ziel der ironischen Aussage liegt seiner Meinung nach in der Negation dessen, was eigentlich wörtlich mitgeteilt wurde. Mit dem Mittel der Ironie arbeitende Autoren historischer Texte verhalten sich nach White gegenüber naiven. Formulierungen der formativistischen, mechanistischen und organizistischen Erklärungsstrategien kritisch, auch ihre textliche Gestalt dieser Tiere steht den anderen Typen entgegen. Ironie als Weltsicht tendiert zur Entkräftung des Glaubens an die Chance positiven politischen Handelns. Diese Stilmittel wirken sich unterschiedlich auf den Inhalt der Darstellungen aus. Ironie, Metonymie und Synekdoche sind Formen der Metapher, unterscheiden sich jedoch voneinander in der Art der Reduktion oder Integration, die sie auf der Ebene der wörtlichen Bedeutung herstellen und durch das, was sie auf der bildlichen Ebene jeweils hervorheben wollen. Zwar hat White diese Kategorien anhand der maßgeblichen Historiker und Geschichtsphilosophen des 19. Jahrhunderts herausgearbeitet. Doch betont er ihre überzeitliche Bedeutung. Die Unterarten dieser Kategorien können verschieden verknüpft sein. Natürliche Verbündete sind folgenderweise gruppiert. Dieses starre Schema hat White in späteren Arbeiten verfeinert. Werke The Fiction of Narrative Essays on History, Literature and Theory 1957-2007 HRG von Robert Doran Baltimore M.D. Jons Hopkins Univ Figural Realism Studies in the Mimesis Effect Baltimore M.D. Jons Hopkins Univ The Content of the Form Narrative Discourse and Historical Representation Baltimore Jons Hopkins Univ PR 1987-DT Die Bedeutung der Form Frankfurt am Main Tropics of Discourse Essays in Cultural Criticism Baltimore Jons Hopkins University Press 1978-DT Auch Cleo dichtet oder die Fiktion des Faktischen Studiens zur Tropologie des Histors Discourses Stuttgart Metahistory The Historical Imagination in Ninth and Century Europe Baltimore Jones Hopkins Ab 1973-DT Metahistory Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa Frankfurt am Main The Greco-Roman Tradition The Ordeal of Liberal Humanism Woll Zwei of Unintellectual History of Europe The Emergence of Liberal Humanism Woll Eins of Unintellectual History of Europe New York M.C. Gruhil 1966 Aufsätze Heidenweid Das Problem der Erzählung in der modernen Geschichtstheorie In Pietro Rossi Theorie der modernen Geschichtsschreibung Frankfurt am Main 1987 80 Die Erzählung in der modernen Geschichtsschreibung